Ein super stabiler Bügeltisch mit extra breiter elliptischer Fläche, dank der Sie beide Seiten der abgerundeten Tischspitze benutzen können und der sich sogar zum Bügeln im Sitzen eignet. Sie können Ihr Bügeleisen einfach auf dem Bügeltisch stehen lassen, da er eine wärmebeständige Abstellfläche hat, sodass keine braunen Stellen auf Ihrem Bezug zurückbleiben. Der clevere Bügeltisch hat eine Sicherung, sodass er nicht aus Versehen zusammenklappen kann. Ein unverzichtbares Produkt, wenn Sie kleine Kinder haben. Außerdem verhindert die Verriegelung des Gestells, dass der Tisch aufklappt, wenn er das nicht soll. Die dampfdurchlässige Arbeitsfläche misst an der breitesten Stelle 135 x 45 cm. Dank der Breite ist das Bügeln einfach und die Höhe kann stufenlos von 61 bis 102 cm eingestellt werden. Der Bezug ist immer straff und perfekt passende und super schicke Ersatzbezüge gibt es auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 wie sch